Vom Wochenende ist der Samstag der bessere Tag, der ruhigere Tag und auch der wärmere Tag, wo man durchaus nochmal rausgehen kann. Okay, ich weiß, rausgehen kann man immer, aber eben ohne den Schirm zu benutzen am Samstag. Wir haben das Hoch Valentina mit seinem Zentrum über den Bogesen. Und um dieses Hochgebiet herum kommt jetzt erstmal noch relativ milde Luft zu uns. Hier im Nordwesten und Norden Europas, da lauert schon die frühwinterliche Kaltluft. Die wird sich dann in den nächsten Tagen allmählich auf den Weg machen und dann auch am Sonntag von Norden her mit einer Kaltfront zu uns vordringen. Und erst einmal gibt es da vergleichsweise harmlose Wolkenfelder in der Nordosthälfte Deutschlands. Im Süden sehen wir hier kaum Störungen, aber da wird sich dann eben wieder dichter Nebel beziehungsweise Hochnebel ausbreiten. Wenn es kein Bodennebel ist, ist es auf jeden Fall erstmal der Hochnebel. Und es geht mit Sonnenschein in den Samstag in den Höhenlagen oberhalb von rund 700 Meter. Sonst wirklich alles Katzengrau. Und hier im Nordosten vereinzelt etwas Regen oder Nieselregen. Es bleibt auch insgesamt eine ungemütliche Sache. Sieht jetzt ein bisschen wild aus mit den Tropfen hier. Das ist wirklich nur etwas Nieselregen nach Süden hin. Auf jeden Fall in den Berglagen weiter strahlender Sonnenschein. Oberhalb 1000 Meter super Fernsicht, darunter Dunst und immer noch einige zähe Nebelfelder entlang der Flüsse und Seen. Die Temperaturen liegen bei 5 Grad im Dauernebel und bis zu 13 Grad trotz des Kraus im Norden Deutschlands. Da ist der Wind relativ böig unterwegs. Im Ostseeumfeld stark mit stürmischen Böen nach Süden hin, nur schwach. Am Sonntag kommt dann diese erwähnte Kaltfront von Norden in die Mitte, bringt etwas Regen. Das Temperaturniveau sinkt. Es liegt meistens noch bei 5 bis gut 10 Grad.